Für mich bedeutet Einmischung, dass ich nicht hinnehme, wenn Menschen auf dem Mittelmeer ertrinken. Ich möchte, dass es eine europäische Seenotrettung gibt und legale Wege nach Europa, damit wir Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen müssen, sicher Schutz in Europa bieten können. Für mich heißt Einmischen auch nicht hinzunehmen, dass man sich wegen innenpolitischer Überlegungen eine andere Wirklichkeit herbeiredet, zum Beispiel im Falle Afghanistans, wo man einfach behauptet, dass das Land sicher ist und deswegen Menschen auch dahin zurückschiebt. Für mich bedeutet Einmischen aber auch, mich gegen Rassismus und Hetzer zur Wehr zu setzen und laut und deutlich zu sagen, hört auf, Angst in diesem Land zu verbreiten. Und für mich bedeutet Einmischung, dass wir uns auch über die großen Zukunftsfragen Gedanken machen, zum Beispiel über den Klimaschutz und den Umweltschutz. Es kann doch nicht sein, dass wir nach wie vor nicht aus der Kohle ausgestiegen sind in Deutschland, obwohl wir wissen, dass das notwendig ist, um auch gerade in anderen Teilen der Welt das Klima zu schützen und sozusagen Verdrängung und Vertreibung zu verhindern. Ich möchte, dass wir uns engagiert einsetzen für die Bekämpfung von Fluchtursachen. Und da gehört zu, dass wir das Klima schützen, dass wir eine andere Agrar- und Handelspolitik betreiben und dass wir uns auch dafür einsetzen, dass keine Waffen in Kriegs- und Krisengebiete geliefert werden.